Na, Werne? Hab ich was gehört? Willkommen zurück zu Gothic 4 Arcania! Leute, wir sind kurz vor... Vor... wovor eigentlich? Ich weiß gar nicht, kurz vorm Exitus womöglich. Weiß ich nicht. Wir reden jetzt mit dem König, dann hören wir mal, wie wir diese X-Tante da... Wieso sind die eigentlich alle schon da? Ja, dann mach. Und? Wie kann ich dir helfen? Roba! Die Schatten! Wir müssen kämpfen! Wir müssen kämpfen! Hier. Zuerst setzen wir dir diesen Stirnreif unter die Krone. Kämpfen! Kämpfen wir! Meine Freunde, es ist gut, euch wiederzusehen. Äh, wo ist Gorn? Oh, mein Kopf. Du, wer bist du? Ich kenne dich. Ich habe dich gesehen, gemeißelt aus Eis, in Feuer gebadet. Zusammen haben wir die Welt geschmiedet. Nein. Das war nur ein Traum. Ein prophetischer Traum. Ich habe dein Abbild in einem Tempel gesehen. Wie es aussieht, sind wir beide die Spielfiguren einer höheren Macht. Nicht mehr. Ich habe die Götter und ihre Dämonen aus der Welt vertrieben. Hm, ich finde es übrigens erstens schön, dass du wieder so normal redest. Und ich denke mal, das war nur dein schauspielerisches Talent und du hast deine Stimme verstellt. Wird mir ja niemals einfallen! Moment. Du hast die Götter vertrieben? Reden wir von Inos, Adanos und Belia? Zusammen mit einem Magier namens Xardas, ja. Sie sind fort. Wir sind endlich frei. Äh. Die Tempel der Götter existieren noch. Die Leute beten weiter. Die Menschen brauchen ihre Götter. Wenn es sie nicht bereits gäbe, würden sie sie erfinden. Mhm. Du kennst Xardas? Lässt er dich auch nach seiner Pfeife tanzen? Sein Rat ist weise, aber Vorsicht. Xardas hat nur einen Freund. sich selbst. Man kann ihm also nicht trauen? Auf seine Art ist er ehrlich. Er hilft nur, wenn es ihm nützt. Das stimmt. Xardas hat gesagt, der Schutz auf deinem Geist wird nicht lange halten. Sag uns, wie wir dir helfen können. Das Amulett des Schläfers, wo ist es? Wir haben dieses Ding in den Tempel des Inos bringen lassen. Die Hochmagier hatten einen verderblichen Einfluss gespürt. Tatsächlich ist das jetzt hier schon ein bisschen Gothic-Feeling, ne? Jetzt kommt es gerade so ein bisschen auf. Wenn die Synchronsprecher alle stimmen, ist gut. Um was für ein Amulett geht es? Das Amulett des Schläfers. Eine blinde Frau hat es mir gegeben, vor dem Krieg. Sie hat gesagt, ich sei auserwählt, es zu seinem Bestimmungsort zu bringen. Eine blinde Frau? Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe zugesagt, der alten Zeiten willen. Doch ich wollte alles zuerst in Ordnung bringen. Argan befreien und davor Myrthana. Aber dafür war keine Zeit. Was ist passiert? Das Amulett. Es war das Gefängnis eines Dämons. Aber es war zu lange von seiner Ruhestätte entfernt. Das Siegel wurde jeden Tag, den ich auf dem Schlachtfeld verbracht habe, schwächer. Bis der Dämon schließlich seine Fühler ausgestreckt hat. Nach mir. Er hat sein Gefängnis verlassen. Und nagt an meiner Seele. Hagen, bring mir das Amulett. Dieser Mann muss es zum Kloster an der Meeresklippe bringen. Er ist ein Auserwählter wie ich. Wir können das Amulett zur Zeit nicht aus dem Tempel holen, eure Hoheit. Weil die Hochmagier es nicht zerstören konnten, haben sie es hinter eine magische Barriere gebannt. Dann lassen wir sie die Barriere wieder aufheben. Wo ist das Problem? Sie sind tot. Der Urhang hat sich damit gebrüstet, dass sich der Tempel jetzt in den Händen der Belia-Kultisten befindet. Sie halten diese Dämonenfrau namens Xesha für eine Dienerin ihres dunklen Gottes. Wenn Xesha ihre Schergen in den Innos-Tempel schickt, muss sie hinter dem Amulett her sein. Wahrscheinlich versuchen sie gerade, die Barriere zu knacken. Das wäre theoretisch möglich. Merdareon, Ningal und ich dürften die Barriere mit vereinten Kräften ebenfalls bannen können. Wo sind Merdareon und Ningal? Merdareon ist bereits im Tempeldistrikt. Ningal wollte zu ihm gehen, sobald er das Armenviertel gesichert hat. Am besten redest du mit Daranis. Sie wollten sich mit ihm absprechen. Ningal ist ein Großmaul. Ich habe das Armenviertel gesichert. Das erklärt einiges. Lass uns gehen, Milton. Ich muss noch die nötigen Komponenten vorbereiten. Und mit dem König reden. Geh vor, ich komme nach. Daranis müsste noch in Diegos Anwesen sein. Oder er ist schon in der Kanalisation unter dem Tempeldistrikt. Er wollte sie nämlich inspizieren. Bevor ich vom Hof hier verbannt wurde, habe ich einen Teleporterkreis geschaffen, der die Festung mit Yegos Anwesen verbindet. Nutze ihn. Dann sparst du Zeit. Na, das wollen wir doch mal sehen. Warum soll ich das Amulett zum Kloster bringen? Das weiß nur die blinde Frau. Ich vermute, das Kloster birgt ein Geheimnis. Wenn du die Götter und Dämonen verbannt hast, was ist dann mit dem Dämon, der an deiner Seele nagt? Ich weiß. Es beunruhigt mich auch. Vielleicht, vielleicht gibt es mehr auf dieser Welt, als wir denken. Hm. Mein Freund, du übertriffst jedes Mal meine Erwartungen. Dass ich meinen alten Kameraden zurück habe. Ist nicht von Dauer. Genieße es, solange es anhält. Wo ist Gorn? Ich habe jemanden zum Westtor geschickt, um nach ihm zu schauen. Aber er ist nicht mehr da. Die Händler haben gesagt, er sei plötzlich mit gezückter Axt losgerannt. Über die Hafenbrücke. Der hat wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt, rumzustehen. Der König scheint ja wieder ganz der Alte zu sein. Hm. Hm. Eins frage ich mich. Wie hast du die Katastrophe im Bluttal überlebt? Da du uns gerettet hast, werde ich über diese Anmaßung hinwegsehen. Deine Frage ist einfach zu beantworten. Ich war nicht da. Du bist geflohen. Ich hatte eine Nachricht erhalten. Druhan hat versucht, den König zu ermorden. Die königliche Garde hat das Schlimmste verhindert. Aber sie hat meine Hilfe benötigt gegen die Blutnattern. Ich bin sofort mit meinen besten Männern losgezogen. Die Schlacht im Bluttal war bereits so gut wie gewonnen. Hm. Warum waren die Blutnattern nicht auf dem Schlachtfeld? Der Ruhrhangs Schiff ist gegen Seetarif in See gestochen. Aber seine Männer waren nicht an Bord. Das ist ja komisch. Und was ist mit dem Zauber? Mit dem großen Kopf? Du klingst fast enttäuscht. Was? Stellst du meine Loyalität infrage? Beruhig dich, Hagen. Du siehst aus wie ein gekochter Hummer. Und wenn man mal überlegt, wie pissig der immer war bei Gothic 2. Das gemeine Volk wird heutzutage immer unverschämter. Oh, ja. Würde dir nicht mehr deinen Arsch pudern? Okay, Milton. Erzähl mal. Wo ist denn jetzt hier der Teleporter? Nee, erzähl bitte nicht. Ich glaube, aus der Antwort wäre ich sowieso nicht schlau. Warum fragen die nach Gorn und nicht nach Lester? Das finde ich voll gemein. Lester ist genauso Teil der Gang. Ja, nur weil er den ganzen Tag rumsitzt. In seiner Hütte und kifft heißt das ja nicht, dass er irgendwie unnötig wäre. Immerhin hat er ein von Orks verschandeltes Haus. Wo mal ein Drache gewohnt hat. Das besitzt er noch. Und wo Harpjen wohnen? Wer will das haben? Steht dann so bei ImmoScout24. Schöne Lage, ruhig, Wasserfall, Drache, Harpje. Hm, was? Na dann, ich lauf halt. Mir ist das egal. Die 5 Meter machen es dann auch nicht mehr aus. Ich meine, ich bin in dem Spiel so viel gelaufen. Ich glaube, mit Ladebildschirmen, mit, ähm, Animationen und mit allem bin ich sowieso nicht schneller. Ja, oder doch. Ich hab den Zirkel nicht gefunden. Hm, wo ist na, ich will ne Wurst. Die Korn, die Borg. Die Borg. Wo kam das nochmal her? Irgendwo kam das her. Ich hätte hier noch den Indianer im Küchenschrank. Das war ein schöner Film. Nur wegen dieser einen Szene, wo die ganz viele komische, verschiedene Spielsachen da reingestellt haben. Und Darth Vader gegen einen Tyrannosaurus Rex gekämpft hat. Das war schön damals. Ja, das war meine Kindheit. Kennt das einer von euch noch? Irgendjemand? Ja, ihr dürft gerne kommentieren. Ist ein freies Land. Ach, hier die Kanalisation. Da muss ich ja eh hin. Guck mal, ich hab... Hier, ne? Moin. Warum bist du hier? Hallo, mein Freund. Ist alles in Ordnung? Nö. Diego und Milton sind beim König. Ich muss dringend wissen, was im Enos-Tempel los ist. Vor einiger Zeit wurde dort ein magischer Kampf ausgetragen. Jetzt ist der Tempel durch eine Barriere von der Außenwelt abgeschnitten. Wo sind Ningal und Merdarion? Merdarion hat von einem vergessenen Eingang zu den Katakomben erfahren, die unter dem Tempel liegen. Er wollte ihn gegen die Untoten sichern. Ningal ist vor kurzem hier durch. Soll ich dir aufmachen? Unbedingt. Dankeschön. Daranis. Salakis. Ach, Daranis ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie mag ich das jetzt. Wenn alle Charaktere, die vorher hier waren, jetzt auch nochmal wieder auftauchen. Irgendwie ist das schön. Ich meine, es ist ja eine überschaubare Menge an Leuten, die man so ins Herz geschlossen hat oder eben auch nicht hier. Und irgendwie ist es doch ganz cool. Ich weiß nicht. Also am Anfang war ich etwas skeptisch gegenüber der ganzen Sache, aber mittlerweile, ich weiß nicht. Ich werde immer aufgeschlossener gegenüber diesem Spiel hier. Na, teilweise ist das so vom Storytelling hier nicht so, ähm, ja, suffisant. Oder irgendwelche subtilen Vorschläge werden auch nicht veräußert, sondern es ist einfach, ja, es muss ja auch von jedem verstanden werden, sagen wir es mal so. Also, dennoch sind die Gespräche manchmal nicht so schmackig wie in Gothic 1 und 2, muss man eben bedenken. Und Gothic 1 und 2 sind eben auch viel, viel riesiger wegen der Open World und all sowas. Ist es eigentlich immer noch Open World, wenn man, wenn die sich nicht automatisch weitergeneriert? Weiß ich nicht. So wie bei Minecraft, ist das noch Open World? Das ist Open World, ne? Oder ist das Infinite World? Gibt es da Unterschiede? Was ist denn los mit mir? Warum denke ich über so etwas nach? Ich habe keine Ahnung. Na? Verschwinde! Oh, gut. Tschüss! Du bist auch eine kleine Sackpfeife, ne? Ah, unser jüngstes Mitglied. Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt. Wir haben leider keine Zeit für Höflichkeiten. Ich muss dringend in den Tempel. Ich möchte dir davon abraten. Der Tempel wurde überfallen. Jemand ist hier durch die Katakomben hinein und hat alle Eingänge versiegelt. Ich weiß. Hm. Milton hat gesagt, zu dritt könntet ihr die Barriere da drinnen knacken. Was ist mit der hier? Dilettantische Arbeit. Aber mit viel Kraft gespeist. Ningal und ich könnten für dich eine kleine Bresche schlagen. Gut. Tut das. Was ist hier überhaupt los? Milton kann dir alles genauer erklären. Ich muss jetzt ein paar Kultisten töten. Na, da war die Bresche. Habt ihr das jetzt zusammen gemacht? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit. Hm, ja. Wenn man ehrlich bin. Achso, warte, warte. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Muss auch nicht. Ich finde es schon sehr angenehm, wenn man überall so Quest-Symbole hat. Aber irgendwie nimmt einem das auch die Würze aus dem Spiel. Jetzt sieht das so ein bisschen aus wie bei Diablo 3, wenn man zu lange mit einer Quest gebraucht hat. Dann wird einem das auch alles angezeigt, wo die ganzen Jungs sind. Hallo. Hallo. Oh, gleich nochmal. Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Und Multikill. Multikill. Das war ziemlich einfach. Aber ich will mich nicht beschweren. Gleich kommen wieder die ganzen Endgegner und dann kriege ich wieder auf die Fresse. Aber schlimmer als diese dämlichen, mit Steinen werfenden Golems. Ich kann es eigentlich nicht sein. Du kannst mich riechen. Das trifft sich gut. Ich hatte heute Abend Chili. Und frag nicht nach Blütenstaub. Ich sag's dir, ich kann dir neues Muster in deine Kutte furzen. Wenn du möchtest. Wie soll das eigentlich funktionieren hier? Dieses Rohr hier, da kommt ja offensichtlich Dampf raus. Aber guck mal, da ist ja, da sind ja Steine. Sind die Steine da locker? Tja, wir werden es niemals erfahren. Okay, was ist das hier? Ach, okay. Ne, ne, ne. Ist in Ordnung. Schaut mal, jetzt sehe ich nämlich von hier schon. Ne, warte mal. Da ist es mir jetzt gerade mal. Gegner zeigen, Questmarkierung. Erstmal ausmachen. So, jetzt ist es nämlich alles ein bisschen spannender hier. Jetzt kann ich da nicht sehen, wo die Gegner sind. Muss mich überraschen lassen. Ich kann dich riechen. Du hast heute nicht geduscht. Ne, 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 ne. Und ich setze mich jetzt erstmal auf die Bank. Lila Pause. Gibt's das eigentlich noch? Fluffig-weiche Kakao-Creme. Da war eine Werbung damals. Da hatten zwei Leute Sex. Das weiß ich noch. In der Werbung. Pyrokras Insignia. Goldene Innos-Statuette. Das ist ja auch sehr lustig alles, ne. Aber ich weiß nicht, ob ich das jemals brauchen werde. Dankeschön. Da, jetzt geht's ab hier. Pass auf. Jetzt geht's ab. Ich. Und damit rallen wir beim nächsten Mal. Boah.